So, und da sind wir auch wieder. Oder ich wieder, je nachdem. Mit meinem Low-Level-Passwort. So. Da bin ich wieder. So, okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Steine backen, die backen alleine. Wir können schon mal ein paar nehmen und hier mal ein bisschen was rausreißen. Also, das hier kommt sowieso raus, ne? Ich meine, klar, Kohle. Kohle kommt auf jeden Fall raus. Da gibt's ja kein Wenn und Aber. Und hier kommt das alles raus, was andersfarbig ist. Und das meine ich nicht rassistisch. Sondern ich meine es rechtsorientiert. Scheiße. Ach, ich will das da raus haben. Danke. Okay. So. So. Ich mach mal das ganze grüne Zeug hier raus. So. Das hier kommt auch noch raus. Hier oben ist noch was Blaues. Wobei das hier ganz oben, das muss ja eben, da, da kommt ja sowieso dann die ganze Kacke vor. Ganz oben, das kann bleiben, aber das hier muss noch raus. So. So. Erst wenn wir die Mauern einreißen hier, das ist ja ja... Oh! Hier fliegt die Schnelle Luft. Was zur Hölle? Ich gucke auf die Dich check. Okay, wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn ich check. Okay. Hat sie wohl nicht gesecheckt. Naja, manchmal brauchen Leute ein bisschen Anstoß, ein bisschen Klaps in die richtige Richtung. So, 20 Steine, mal gucken, wie weit ich jetzt damit komme. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, was? Hat sie nicht gerade 20 Steine, aber die ist schon. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, so, konnte ich noch kommen. Fuck, der Ofen ist so langsam. Wir brauchen einen moderneren Drei-Stufen-Ofen. Ah, schon wieder Steine leer. Mach ja den Drei-Stufen-Ofen. Ah, zwei Steine. Ne, wie viel brauchen wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, äh... 7, 8, 10, 11. Gatt im 10 war doch schon mal besser. Tja, das Problem ist, das wird genau nicht reichen. Fuck. Komm, wirst du warte, jetzt schmeiß ich hier noch einen hinterher. Dann haben wir ein paar Steine auf Reserve, kann ja auch nicht schaden. Sollte erstmal funktionieren. Vielleicht war ein Visa und wirklich Rüstung. Oh! Ach, schon mal eine andere Rüstung. Wusste ich gar nicht. Ist mir noch nicht aufgefallen, dass wir Rüstung haben. Und dann auch noch eine Metallrüstung, alter Möll. Und ich wollte mich hier bald groß machen, um mir eine Lederrüstung zu craften. Wir haben 10 mal Eisen, das ist eigentlich schon rechtlich gut. Wir können also mindestens einmal eine Steinhacke basteln. Ansonsten ein Metallschwert haben wir ja bereits. Aber wisst ihr was, hier kommt, das kann eigentlich auch alles weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Kann alles erstmal hier in die Kiste. Da stirbt, da stirbt es keinem. Hä? Wieso? Wieso? Andre, Adene, jetzt ist das gleiche. Wieso hat er das hier nicht gesteckt? Digga, ich stecke dich gleich mal hier. Das auch nicht. Theorita. Willst du mich verarschen? Jetzt steckt er hier nicht mehr, oder was? Ich stecke dich mal am Arsch. Ich kann mal sehen, wo du bleibst. So, 12 Stück, reicht. Okay. 1, 2, 3. Müsste jetzt genau ein Rüstung bleiben. Mann, bin ich gut zu zählen. Achso, halt, hier ist noch das, was ich... Achso, ist die Hole. Fuck you. Der macht nie mit Absicht. So, siehst du? Perfekt. Leckt mich. Scheiße, irgendwo wo noch ein. De Maria. Josef. Okay. Gut, jetzt haben wir... Achso, ich brauche ja noch viel mehr, um hier oben die ganzen Dinger da zu machen. Oh fuck. Wir brauchen noch viel mehr Steine. Ne, ist das scheiße. Ja, gut, wir brauchen noch ganz, ganz viele Steine. Erstmal gucken. Ich gucke erstmal, ob man hieraus überhaupt sowas machen kann. Nicht, dass es dann am Ende heißt, ne, geht gar nicht. Äh, da. Hab keinen Bock mehr. Hab sowas von dem Bock mehr hier. Äh, die wollen wir alle verarschen hier. Dann machen wir doch alle mit Absicht, ne. Oh, draußen schon wieder... ...nicht ganz so schönes Wetter. Na, bei mir trotzdem ist es auch ganz schön dunkel mittlerweile. Ist auch schon halb neuer. Ich glaube, so lange kann ich doch gar nicht mehr aufnehmen. Heute. Das hier mit... Oh Gott. Equipa. Der longt aber schon jetzt vorhin da unten rum, oder? Haben wir vorhin auch schon gesehen. Oh Gott, Alter, mach's mal hin. Oh, können wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Da, 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 bam. Ja, funktioniert. Okay. Wie viel brauchen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das mal vier sind 20. Wir brauchen also fünf Ladungen. Fünf mal sechs sind 30. Wir brauchen 30 Steine. Ah, 30 Steine brauchen wir. Wir haben jetzt schon acht. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen. Äh, eben. Wir brauchen insgesamt 30 Steine. Richtig, richtig. Das heißt, wir können jetzt noch, steht jetzt schon noch ein paar nachkloppen, weil wir wissen ja... Also, wir haben elf plus elf plus sind 23. 23 brauchen wir noch sieben Stück mehr. Die kloppen wir jetzt hier umdrauf und dann ist es perfekt passend. Aber mit dem Feuer passt das natürlich nicht. Deswegen müssen wir noch einmal nachlegen. Wir müssen noch zweimal nachlegen, weil es wieder genau nicht reicht. Oh, ist das behindert. Es wäre jetzt genau ein bisschen zu wenig, wenn wir jetzt nur mit den beiden Kohledingern machen. Äh, gut, ich, ich, ich mach... Ich mach drei Kohledinger. Danach können wir, schmeißen wir dann am besten nochmal gleich das Eisen hinterher. Äh, ist das behindert. Was wir aber jetzt grad machen können, ist, wir können uns die Brote backen. Also, backen. Ist er hier nicht wirklich backen, das ist er hier eher nur so tun, wie als ob. Ne? Kennt man ja. Aber bleibt genau zwei übrig. Das ist natürlich auch wieder nice. Okay, kann man nichts dagegen machen. Achso, wir haben ja nicht bereits vier Brote. Stimmt, auf der einen Tor da unten. Bei dem... Bei der Mine. Da hatten wir ja... Ein bisschen was. So, dann machen wir mal her jetzt hier. Ach, mein Arsch so langsam weh. So, Uri ist im... Uri ist im Neta. Die Dorb da grad Neta weg. Und sie ist nahe des Teleporters. Und merke ich nämlich daran, dass mein Log gerade quasi überquillt von Warnungen, weil, äh... Bei diesen Teleportern, da ist ja immer diese Funken, die da so rauskommen. Und diese Methode, die diese Funken erzeugt, scheint wohl noch nicht so ganz perfekt zu sein. Und löst die ganze Zeit Warnungen aus. Add Particle Spawner. Naja, und dementsprechend hab ich hier immer, wenn einer in der Nähe von so einem Portal ist, hab ich hier immer meine gesamte Konsole voll mit Warnungen. Und daran sehe ich immer, dass einer in der Nähe von diesen Teleportern ist. Das ist natürlich sehr schön, weil das natürlich auch meine, meine, meine V-Bug-Datei immer schon aufbläht. Aber gut, was willst du da machen? Ist halt so. Können wir auch nichts dafür. Vor allem, ich weiß ja auch nicht. So, komm. Dann können wir endlich mal hier die Dinger da bauen. Wobei ich mich gerade frage, die Ecken, machen wir die wieder mit so normalen Steinen? Wenn ja, bräuchten wir doch noch ein bisschen mehr. Ach Gott. Keine Ahnung. Es wird hier kommen. Kriegste. Ach so, wir müssen ja jetzt hierbleiben. da kommen wir mal rein. Da kommst du da. Aha, bitte was? So, okay. Gut, wir haben alles. Dann können wir jetzt, ach halt, wir müssen ja zum Werktisch gehen. Dahin. Und, damit ist der Traum aus. Ich kotze gleich. Fuck you, bitch. Ah, ist mir schon wieder hier. So, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Wer ist da was? 1, 2, 3. Was sucht denn das Quietschen-Engineer? Du kommst da hin, du kommst da hin, du kommst da hin. Bam. Bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg. Jetzt geht das auch noch genau da rein. Jetzt bring ich dich um. Hey, die haben neuen Ton. Nice. Gewöhn mir. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Voll ganz gespannt. Geht das hier? Ne, siehste, das geht hier auch nicht. Aber wo war denn das? Entweder beim Mindtest oder beim Mindtour hat das funktioniert. Bin ich mir ganz sicher, dass es in den Ecken funktioniert hat. Aber warum geht das denn jetzt nicht mehr? Sowohl beim Mindtest hat es nicht funktioniert und hier geht es ja jetzt auch nicht. Also irgendwie ganz kurios. Na gut, ist ja auch egal. Denn wie gesagt, machen wir die Ecken halt einfach mit dem Ding an hier. Passt ja auch. Geht ja. So, perfekt. Damit haben wir den Raum an sich mal ausgekleidet. Sieht doch schon gleich viel besser aus hier. Viel annehmlicher. Du kommst nach da, du kommst nach da. Du kommst weg. Du kommst weg und ihr kommt an die Ecken. So. Das geht auch schon. Das kann man doch so lassen. Und schon haben wir hier... Hey, wo ist meine Tür? Ach ja, die ist ja mit der Tür draußen. Oh, Alter, mach ihn. Ach, das dauert. Danke. So, du kommst nämlich jetzt nach... Dann baue ich jetzt noch mal ganz kurz ab hier. Da kommt dann nämlich das hier hin. Das sieht dann besser aus. Voila. Okay. Andererseits könnten wir hier auch eine Tür bauen, dass wir praktisch zwei Türen haben. Das könnte man tatsächlich machen. Siehst du, wenn Uri jetzt eigentlich im Neta ist... Ja, genau, dann ist sie genau unter uns. Dann ist sie ganz, ganz, ganz tief. Weil der Neta ist nämlich auf einer Ebene von... Achtung! Minus 29.030 ungefähr ist sie gerade. Also... Minus 29.030 und nicht 30.000. Heißt also ganz weit unter uns. Und dementsprechend ist natürlich egal, wo sie ist. Aufgrund der Perspektive ist sie quasi immer genau unter uns. Was die Perspektive angeht. Ich meine, wir sind jetzt irgendwo bei... Wo sind wir eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall relativ weit von Mittelpunkt entfernt. Trotzdem sieht es so aus, wie wir beide ungefähr naheinander wären. Einfach, weil sie so arschweit unten ist. Was mache ich hier? So, jetzt können wir eigentlich anfangen, hier die Sache hier drin ein bisschen auszubauen. Die Frage ist, ich würde gerne hier hinten das Bett machen. Apropos Bett verbrochen wolle. Laufen gerade Schafe lang. Rein zufällig. Jawoll. Also, genau das war die Böhre. Dankeschön. Einmal wolle. Einmal wolle. Soll das ein fucking scheiß Ernst sein? Dann brauchen wir doch bis Ostern. Wir brauchen außerdem rote Blume. Um das Bett einzufärben. Ich glaube am besten gleich zwei, weil ich weiß nicht, wie viel Farbe wir tatsächlich brauchen. Ich glaube am besten gleich drei, weil ich weiß nicht, wie viel Farbe wir tatsächlich brauchen. Ich glaube mit vielleicht Spaß. Ja, wir brauchen noch Wolle. Wir brauchen definitiv noch Wolle. Die Frage ist, wie sind die Schäfchen? Das ist jetzt natürlich das Blöde daran, dass ich die Tierrate runtersitzen musste. Jetzt muss man die Tiere wirklich suchen. Und gerade wenn man ein Schaf gesucht hat, muss man auch so schon immer suchen. Weil genau dann, wenn man die braucht, kommt die Viecher nämlich nicht. Ja, nur Schatzhunde. Und der Effekt verschlimmert sich jetzt gerade natürlich auch mal. Wow. Aber kommen wir zu warten. Wenn da eine Kuh ist, ja, wenn da schon eine Kuh ist, ne, dann gucke ich hier auch eine rein. Dankeschön. Aber wir brauchen eigentlich ein Schaf. Keine Kuh. Er tut das, dass einer hat Mut, das andere nicht. Schweinchen. Ja, Schweinchen und Kühe, die schlacht ich immer, weil die bringen halt am meisten, die bringen halt Fleisch. Von daher lohnt es sich da wenigstens. Kein Schaf. Ist das denn scheiße? Gut, wie sieht es hier aus? Aha, auf der Eisen geht. Er hat ja wirklich alles geschafft. Nice. Nice, 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 nice. Ah, der ist auch nicht blau. Der Berg geht durch die Wolkendecke. Oh, noch nicht gut. Nee, ist ein Pferd. Bringt uns gerade nichts, weil wir haben keinen Sattel. Gibt es hier vielleicht mal ein Schaf oder sowas? Hallo? Hallo? Schaf? Schaf? Er hat ein Schaf? Gibt es hier kein Schaf? Schaf? Ja? Also eine richtig heiße Schnitte. Aber richtig zu denken, die würde ich jetzt aber gerne von vorne aus hinten. Gut, ich mache erst mal der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Schau mal vor.